Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat&Great. Wir machen heute einen super saftigen Spießbraten bzw. Rollbraten vom Gasgrill. Mit Heckbrenner, ohne Heckbrenner, je nachdem was ihr zur Verfügung habt. Ich zeige euch heute beides und wir machen auch nicht einfach nur irgendein Standardrezept, sondern wir machen ein geiles Rezept, was als Grundlage dient, damit ihr ganz viele Variationen ausprobieren könnt. Und mit diesen Variationen könnt ihr diesen Grill hier hinter mir gewinnen. Nicht genau den, sondern den in neu. Warum, wieso, weshalb, erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Los geht's! Vor ein paar Wochen haben mich Kaufland und Pixelgraph angeschrieben, dass sie mich unbedingt gerne in ihrer Jury hätten für den diesjährigen Wettbewerb zum Thema Grillen, wo ihr eure Grillrezepte posten könnt als Fotos und nachher stimmt eine Jury ab, welches Foto das beste ist und dann gibt es ein paar Gewinner. Für den ersten Preis gibt es nichts passenderes, als genau diesen Grill hier hinter mich für euch in neu zu gewinnen. Und deswegen habe ich gedacht, ja, interessiert bin ich an der Stelle vielleicht schon, aber es muss natürlich wie immer bei mir auf dem Kanal einen Mehrwert für alle geben. Das heißt, Kaufland hat natürlich immer die Werbung für sich. Ich habe vielleicht ein schönes Video, was ich produzieren kann. Und ihr müsst auch einen Mehrwert haben. Einmal das schöne Video, was ihr anschauen könnt, aber darüber hinaus immer noch mal ein bisschen mehr. Und ihr könnt diesen Grill gewinnen und noch ein paar Preise hinten dran, könnt ihr euch nachher mal genauer anschauen. Und ich steuere eine Rezeptidee bei, denn bei Kaufland auf der Seite gibt es bereits richtig coole Inspirationen. Aber eine Sache hat dort gefehlt, die auch bei mir auf dem Kanal noch fehlt, nämlich Spießbraten. Und darum geht's jetzt. Und damit wir den machen können, fahren wir jetzt einmal zu Kaufland und kaufen alles, was wir dafür brauchen. Da sind wir wieder und wir haben wirklich alles bekommen, was das Grillerherz höher schlagen lässt und noch vieles darüber hinaus. Wir brauchen für unser Rezept einen Schweinenacken. Dann brauchen wir eine ganze Menge Zwiebeln. Genaue Zutatenmengen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung bei uns auf der Website. Und natürlich dann auch noch mal als PDF zum Download. Für die Zwiebeln brauchen wir noch mal ein bisschen Salz. Für den Schweinenacken brauchen wir auf jeden Fall einen Rub. Entweder ihr nutzt einen Fertig-Rub eurer Wahl, zum Beispiel jetzt den hier von Sido oder eine Gewürzmischung. Auch ein Rezept zu einer Gewürzmischung findet ihr natürlich bei uns im Rezept mit dazu. Für das klassische Rezept brauchen wir tatsächlich gar nicht viel mehr. Aber ihr habt noch ganz viele Möglichkeiten, die werdet ihr im Laufe des Videos jetzt hier sehen. Wir haben zwei Schweinenacken und die werden wir jetzt vorbereiten. An dieser Stelle eine kleine Bitte. Sollte euch das Video gefallen, dann belohnt das Video doch einmal mit einem Daumen nach oben und schreibt mir einen netten Kommentar. Und falls ihr es noch nicht sein solltet, dann werdet Abonnent dieses Kanals, indem ihr unten einmal auf den Abo-Button klickt. Damit würdet ihr die Arbeit hier ein bisschen honorieren. Vielen Dank. Als allererstes, wenn ihr Schweinenacken zubereitet, immer einmal den Schweinenacken abtasten. Ist da noch irgendwo ein bisschen was an Knochen, dann auf jeden Fall dort harte Stellen wegschneiden. Ist da überschüssiges Fett, dann auch dieses überschüssige Fett runtertrimmen. Ein Schweinenacken ist so gut durchzogen. Ihr braucht nichts an außenliegendem Fett da dran. Wenn der Schweinenacken fertig pariert ist, nehmt ihr euch im Idealfall ein schönes Fleischmesser. So eins wie dieses jetzt hier zum Beispiel. Wenn ihr das nicht habt, dann nehmt ihr euch einfach ein normales Küchenmesser, also wirklich ein Allrounder. Damit geht es auch. Aber das ist natürlich prädestiniert dafür. Zum Aufschneiden des Schweinenackens habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ihr schneidet den Schweinenacken mittig auf mit einem Schmetterlingsschnitt. Das heißt, ihr schneidet nicht unten bis zum Brett durch, sondern haltet wirklich so einen Zentimeter bis einen halben Zentimeter vorher an. Und dann faltet ihr den Schweinenacken auf und schneidet von innen nach außen den Schweinenacken auf, bis ihr nachher einen richtig schönen langen Lappen an Schweinenacken dort liegen habt. So kann man es formulieren. Oder ihr geht von Anfang an hin und schneidet unten so circa einen halben bis einen Zentimeter Höhe schneidet ihr ein und arbeitet euch dann Stück für Stück ringsum um den Schweinenacken vor. Probiert es einfach mal aus. Guckt mal, was wollt ihr lieber ausprobieren. Beide Varianten funktionieren wirklich super. Seid beim Schweinenacken nicht zu perfektionistisch. Ohne ein kleines Loch kriegt man das in der Regel nicht hin. Das ist aber nicht schlimm. Dafür gibt es gleich einen kleinen Tipp beim Einrollen, dass das nachher überhaupt nicht ausfällt oder irgendwas aus dem Braten rausfällt. Als nächstes kümmern wir uns jetzt um unsere Zwiebeln. Die werden wir in Halbringe schneiden und dann mit etwas Salz in einer Schüssel schon mal richtig schön durchkneten, dass die ein bisschen Saft verlieren und schon mal so ein bisschen schlotzig werden, weil das nachher vom Mundgefühl einfach eine richtig leckere Geschichte ist. Und die Zwiebeln dann auch noch mal so ein bisschen das Fleisch zarter machen und es geschmacklich einfach eine rundere Nummer ist. Jetzt haben wir schon alles fertig, was wir für einen klassischen Spießbraten brauchen. Wir nehmen jetzt unseren Rub, entweder die eigene Mischung, dann gebe ich euch den Tipp, packt kein Salz rein. Ihr habt ja schon Salz an den Zwiebeln oder eine Fertigmischung, wenn da Salz drin ist, ist das so. Damit einmal den gesamten Schweinenacken jetzt von innen würzen. Nachher von außen nicht mehr. Warum, sage ich gleich. Wenn der Schweinenacken dann gewürzt ist, dann packt ihr die Zwiebeln oben drauf und da gebe ich euch den Tipp, bedeckt nur vier Fünftel des Schweinenackens. Lasst am Ende dort, wo ihr den Schweinenacken verschließt, so ein bisschen Platz, weil gleich beim Aufrollen wird sich die gesamte Füllung gegen Ende hin verschieben und das fällt euch da einfach nur alles raus. Das wäre unnötig. Achtet dabei auch darauf, dass ihr vor allem die Seite belegt, die ein bisschen schmaler ist, die vielleicht ein bisschen mehr durchlöchert ist. Das ist in der Regel immer der Fall bei so einem Schweinenacken, wenn man den aufschneidet. Und ihr solltet immer das Stück, was breiter ist, was ich nachher richtig schön um den Rollbraten rumlegen kann und den verschließen kann, natürlich als äußeres Stück lassen. Und den Rest, der vielleicht nicht ganz so schön geworden ist, den versteckt ihr im Rollbraten. Das merkt nachher gar keiner, wenn ihr den aufschneidet. Und ab jetzt wird es interessant, denn euch sind eigentlich keine Grenzen gelegt. Ihr könnt jetzt noch an Toppings in euren Spießbraten einrollen, was ihr wollt. Sei es Bacon, sei es Käse, sei es Pilze, sei es ein bisschen Gemüse, Aubergini, Zucchini, Tomaten, was auch immer. Hier sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Probiert einfach mal aus, was euch schmeckt und macht richtig schöne Fotos davon. Wenn ihr alles fertig belegt habt, egal ob Basic oder mit allem drum und dran, was ihr euch nur vorstellen könnt, dann kommen wir jetzt ans Einrollen. Was ich schon gesagt habe, ist, es ist wichtig, von welcher Seite ihr zu welcher Seite hinrollt. Wirklich die Seite, die am schönsten und am breitesten ist, die bildet nachher das Ende. Und die andere, die vielleicht so ein bisschen zerhackstückelt ist, die kommt innen rein. Dann sieht man das nicht. Und jetzt ist wichtig, dass wir das richtig schön eng machen. Weil wenn ihr das locker macht, dann fällt nachher alles auseinander. Also immer mit ein bisschen Zug. Deswegen lege ich mir das Brett gerne so hin. Und jetzt fangen wir an einer Ecke an. Und hier fangen wir an. Und während wir rollen, ziehen wir den Schweinenacken zu uns hin. Falls ihr irgendwo große Löcher habt, da ein bisschen aufpassen, dass ihr die nicht zu weit aufzieht. Aber dann immer mit so ein bisschen Zug, den Schweinenacken zu euch hinziehen und hier einrollen. Und dann klappt das Ganze wunderbar. Das wird beim ersten Anlauf direkt funktionieren, da bin ich mir sicher. Und jetzt seht ihr auch hier am Ende, was ich meinte mit der Füllung kurz bis vors Ende. Je mehr Füllung ihr habt, desto mehr schiebt die sich da nach vorne, desto mehr Platz müsst ihr lassen. Ein bisschen was fällt natürlich immer daneben, aber ich glaube, das sieht nach einem sehr gültigen Ergebnis aus. Damit der Schweinenacken jetzt auch so schön in Form bleibt, nehmen wir uns ein bisschen Grillgarn, kein normales Küchengarn und werden den jetzt wickeln. Dafür schneide ich mir vom Grillgarn sieben bis neun solcher Schnüre ab, in einer Länge von 40 bis 50 cm. Dann hat man genug Platz zum Binden, kommt immer darauf an, wie viel Füllung hat man hier drin. Dann fangt ihr damit an, einmal in der Mitte den Braten zusammen zu binden, dann an den äußeren Enden und dann arbeitet ihr euch von außen nach innen vor. Alles, was von dem Band jetzt übersteht, schneiden wir mit einem scharfen Messer ab. Das würde uns nur gnadenlos verbrennen auf dem Grill. Und wenn ihr damit fertig seid, sieht euer Spießbraten genauso perfekt aus wie hier. Vorbereitungen sind erledigt, jetzt kommt der schönste Part. Unser Schweinenacken darf auf den Grill. Und zwar wird er jetzt auf den Drehspieß aufgesteckt, sodass er sich möglichst mittig über dem Grill befindet, bei einem Heckbrenner, genau vor dem Heckbrenner. Ohne Heckbrenner, genau über den mittleren Brennern, die dann nachher aus sind und dann erzähle ich euch jetzt am Grill die Grilleinstellung. Wenn ihr bei eurem Gasgrill keinen Heckbrenner habt, dann stellt ihr die äußeren beiden Brenner auf volle Stufe, damit ihr 180 bis 200 Grad Deckeltemperatur erreicht. Wenn ihr wisst, dass euer Grill mit dieser Einstellung mehr als 200 Grad erreicht, dann dreht ihr die Brenner entsprechend runter, sodass ihr maximal 200 Grad habt. Wenn ihr wisst, euer Gasgrill ist vielleicht nicht ganz so leistungsstark und es schafft nur so 160, 170 Grad Deckeltemperatur, ist es auch in Ordnung, das reicht aus. Die inneren Brenner bleiben aus, bei einem Drei-Brenner bleibt ein Brenner in der Mitte aus, bei einem Vier-Brenner bleiben zwei Brenner in der Mitte aus und genau darüber platzieren wir unseren Schweinenacken bzw. unseren Rollbraten. Und darunter könnt ihr, müsst ihr nicht, aber könnt ihr eine Auffangschale packen. Das ist deshalb praktisch, weil hier wird viel runtertropfen, es wird ein bisschen was rausfallen und dann müsst ihr nachher den Grill reinigen oder ihr könnt nachher die Schale reinigen, aber ob ihr das macht oder nicht, bleibt euch überlassen. Dann heißt es für euch nur noch Deckel schließen, Motor anmachen, in welche Richtung der dreht, ist vollkommen egal. Wir haben hier keinen Heckbrenner. Beim Heckbrenner, sagen viele, ist das relevant, aber das schauen wir uns jetzt mal an. Beim iGrill haben wir einen Heckbrenner und wenn ihr einen Heckbrenner habt, dann lasst ihr alle Hauptbrenner aus und schaltet nur den Heckbrenner ein, den auf Volllast bzw. auf Dreiviertelstufe. Manche Heckbrenner kann man nicht regulieren, die laufen immer unter Volllast, dann ist das okay. Aber ansonsten vielleicht doch lieber einen Ticken runter, weil der soll uns außen ja nicht zu dunkel werden. Also egal wie ihr es macht, ihr bekommt nachher ein schönes Ergebnis. Ihr seht ja gleich beide Varianten und wir sehen uns so in anderthalb bis zwei Stunden wieder, denn so lange braucht euer Spießbraten. Anderthalb Stunden sind um. So sieht unser Spießbraten jetzt mittlerweile schon aus. Und ihr seht, wie rum der sich dreht, nämlich vom Heckbrenner weg. Und viele behaupten, das sei besonders wichtig, damit der besonders knusprig und aromatisch wird. Ich meine allerdings, das ist vollkommen egal. Und wir testen ja hier regelmäßig mal unter standardisierten Bedingungen, ob etwas wirklich so ist, wie man meint, das zu glauben, dass es ist oder ob es nicht doch anders ist. Und deswegen machen wir demnächst mal einen solchen Test. In welche Richtung muss sich der Drehspieß drehen oder ist es egal? Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Wir haben jetzt eine Kerntemperatur von circa 65 Grad jetzt hier schon bei dem nach anderthalb Stunden. Der ist auf einem guten Weg. Eine halbe Stunde geben wir dem noch Zeit. Fertig ist er, wenn er eine Kerntemperatur von 75 Grad hat, aber mit zwei Stunden macht er in der Regel da nichts verkehrt. Der ist, wenn er der Bedingung auf der Bedingung... Der muss ich auf der Bedingung in die Karten ausprobieren. Der ist spannend, dass er ein Bedingungen aus der Bedingung Powerverkehr mit dem Karten ausprobieren. Gil� pentru Verteidigung das Drehspieß. Und der Bedingung ist wievall, ist das Garten auch einNeuk? Und der Bedingung auf dem Karten der Bedingung особstft. Und der Bedingung, der Bedingung, der Bedingung der Bedingung war, Was ein Mega-Ergebnis, oder? Es war saftig, es war knusprig, es war aromatisch, es hatte Röstaromen und es war wirklich richtig lecker. Ich glaube, man hat es auf den Bildern sehen können. Riechen durftet ihr es nicht, schmecken durftet ihr es nicht, aber ich empfehle es euch nachzumachen. Beim Heckbrenner wirklich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, blieb auf Dreiviertelstufe. Ich hatte jetzt hier nur die Möglichkeit, unter Volllast das zu machen. Das heißt, der ist außen so ein bisschen dunkel geworden, ein bisschen dunkler, als ich es eigentlich hätte haben wollen. Geschmacklich habe ich es gar nicht rausgeschmeckt, aber so rein optisch hätte ich es ein bisschen heller noch haben wollen. Wie gesagt, deswegen den nicht ganz so hoch drehen, ich hatte aber keine andere Möglichkeit. Bis er durch war, ist er mir also außen ein bisschen zu dunkel geworden. Ohne Heckbrenner ist der Braten allerdings genauso geworden, wie ich es hätte haben wollen von den Röstaromen und innen saftig waren beide wirklich ohne Ende. Da könnte ich jetzt nicht sagen, welcher der bessere gewesen wäre. Der eine war natürlich ein bisschen mehr Standard und der andere ein bisschen extravaganter und ich muss sagen, dieses Mehrangeschmack, das mochte ich. Allerdings kann ich auch verstehen, wenn da vielleicht die eine oder andere Zutat dabei war, die man nicht so mag und deswegen bin ich gespannt auf eure Fotos. Ich mag es ja sowieso total, wenn ihr bei uns in die Facebook-Gruppe eure Kreationen oder nachgemachte Rezepte hier von diesem Kanal postet. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, mit genau diesen Fotos sogar auch noch so einen Grill zu gewinnen und noch ein paar andere Preise. Alle Informationen dazu unten in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Checkt also kaufland.de und Pixagraph einmal aus. Auch von mir gibt es jetzt auf Instagram ein paar richtig schöne Storys zu sehen. Auch das könnt ihr gerne mal auschecken. Und wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt, dann lasst dem Video doch den verdienten Daumen nach oben da. Schreibt mir einen netten Kommentar und auch noch ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.